Wir sind im Bereich der Duschsanierung bzw. auch im Handel tätig. Unsere Produkte sind Duschrückwände, fugenlose Platten als Alternative zu Fliesen, Duschabtrennungen und Duschwannen sowie alles, was im Bad vor der Wand montiert wird. Wir haben zwei Standbeine. Zum einen sanieren wir die Objekte, d.h. sind im Objektbereich tätig und sanieren da die Badezimmer innerhalb kürzester Zeit. Das zweite Standbein ist ein originäres Handelsgeschäft mit Webshop-Anbindung. Wir haben ein neues ERP-System eingeführt mit dem Hintergrund, dass die alte Software an die Grenzen gekommen ist. Die Verwaltung der Lagerlogistik bzw. die gesamte Lagerlogistikverwaltung war meine alten Software nicht mehr so tragbar für uns. Wir wussten nicht genau, welche Produkte wir zu welcher Zeit am Lager haben müssen, damit wir unsere Kunden immer bedienen können. Aus diesem Grund war das im Prinzip der größte Punkt, um eine neue Software einzuführen. Der zweite Punkt war, dass wir mehrere Insellösungen hatten. Zum einen ein Warenwirtschaftssystem und zum anderen eine Software für die Finanzbuchhaltung und wir nur einmal im Monat den Abgleich gemacht hatten zwischen Warenwirtschaftssystem und Finanzbuchhaltung und somit immer nur einmal im Monat aktuelle Zahlen des Unternehmens hatten. Wir haben uns verschiedene Softwarelösungen angeschaut. Zum einen Unitop von der Firma GOB, zum anderen aber auch andere Softwarehäuser und auch andere Navision-Partner im Standard, die im Standard arbeiten. Für die Branchenlösung haben wir uns entschieden, weil einfach viele kleine Punkte, die für unser Unternehmen Gold wert sind, in der Standard Unitop-Branchenlösung vorhanden sind. Durch die Einführung von Unitop haben wir unseren Umsatz im Jahre 2019 um circa 50 Prozent gesteigert. Dies lag nicht nur an der Branchenlösung Unitop, sondern auch daran, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit deutlich besser einplanen konnten. Jeder wusste, was zu tun ist. Wir konnten die richtigen Produkte zur richtigen Zeit bei uns im Lager haben und dadurch unsere Kunden jederzeit bedienen. Ich würde die GOB mit der Branchenlösung Unitop weiterempfehlen. Während der Projektphase war für uns besonders interessant, dass es verschiedene Meetings gab. Das heißt, es gab eine Key-User-Schulung, wo ein gewisser Personenkreis unserer Mitarbeiter geschult werden. Dieses Wissen wurde dann durch unsere eigenen Mitarbeiter an die Teams weitergegeben und es gab ein regelmäßiges Treffen der Geschäftsführer von GOB und von Duschking, um sich abzugleichen und immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.